Was ist Fuhrparkmanagement? Fuhrparkmanagement heißt, dem Kunden den Großteil seiner Arbeit abzunehmen. Wir betreuen in der F&SC gemeinsame Kunden, deren Fahrzeuge in ganz Deutschland unterwegs sind. Das heißt, der Dienstwagenfahrer, der über eine App persönlich mit uns in Kontakt treten kann, erhält bei allen F&SC-Partnern die gleichen garantierten Leistungen und das bundesweit. Heute sind wir als F&SC-Partner rund um die Autos echte 360-Grad-Anbieter. Mit allen dazugehörigen Dienstleistungen, die für Fuhrparks Effektivität und Transparenz bedeuten. Wir haben uns für unsere Kunden inzwischen zu Mobilitätszentren entwickelt, die Prozess- und Kostenoptimierung aus einer Hand anbieten. Ein Fuhrparkverantwortlicher, sagt man immer so schön, ist mit einem Bein im Knast, weil er sich rund um den Fuhrpark kümmert und die Verantwortung damit nach dem ersten Jahr komplett übernimmt. Und diese Verantwortung kann man auf externe Dienstleister rüberspiegeln, sodass er die Verantwortung auf andere übergeht. Die häufigsten Probleme sind eigentlich, dass ein Kunde bzw. der Nutzer, der User-Chooser eines Kunden irgendwo in Deutschland stehen bleibt oder ein Problem hat und dann nicht weiß, wer ihm sofort hilft. Das Ziel war eigentlich ganz klipp und klar, unsere Großkunden bundesweit so zu betreuen, wie wenn sie alle an dem Standort wären, an dem das Autohaus sitzt, das den Kunden betreut. Um den steigenden Bedarf Rechnung zu tragen, gibt es in der FNSC bereits neun dezentrale Fuhrparkverwaltungszentren. Tendenz steigend. Wenn ein Unternehmen, welches in Berlin ansässig ist, zum Beispiel in München ein Serviceproblem hat, haben wir die Möglichkeit, von unserem Standort aus zu unterstützen und das Ganze für ihre Dienstwagennutzer so zu gestalten, dass so wenig wie möglich Zeit im Tagesgeschäft verloren geht. In Bezug auf die Betreuung durch Autohäuser ist, glaube ich, der persönliche Kontakt einfach unglaublich wichtig. Und wir trauen uns gemeinsam mit F plus SC zu, dass wir das adaptieren, dass wir nicht irgendwo in der Neutralität, irgendwo in der Anonymität sind, sondern dass die DM-Dienstwagennutzer bekannt sind und man die Profile der jeweiligen Fahrer kennt und das auf Abruf auch bereitstellen kann. Es ist ein Netzwerk von Großkundenleistungszentren des Volkswagen-Konzerns, geschaffen aus dem Mittelstand, für den Mittelstand, um den Fuhrparks in Deutschland all das zu bieten, was sie normalerweise aus einer Hand nicht kriegen können. Unsere Aufgaben sind sehr vielfältig. Im Grunde genommen sind die Aufgaben von A bis Z, also das gesamte Thema Fuhrpark, von der Bedarfsanalyse des Großkunden bis zur Lieferung des Blechs, bis zur Betreuung, bis zur finanziellen Darstellung eines Gesamtfuhrparks, mit allen Problemen und Chancen, die sich daraus ergeben. Es geht schnell. Die Kollegen, es sind Kollegen. Also es ist nicht ein fremdes Autohaus, wo man anruft, sondern es ist wirklich kollegiales Arbeiten und man kann sich super drauf verlassen. Das ist so der absolute Mehrwert. Und vor allen Dingen das Schöne ist, es funktioniert. Und vor allen Dingen das Schöne ist, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und vor allen Dingen das Schöne ist, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!